bei oben weil ich einfach ein ihr Verzahnen und sonst weiß ich nicht wenn wir leben bis zur Eisenachs noch nie die Eisen und da bin ich getan ich weiß ja noch mal ein Schwert hin und und so es sei aber auch nicht zu mir heute ja ich hab noch eine Glasflasche wenn du möchtest weil wir sind nein nur eine Glasflasche aber halt die Scheiße noch soll ich dir ein bisschen Eisen geben Eisen halb genug danke obligatorisch Halle Leute willkommen zurück zu ich mag euch nicht mehr 3,2,1 Halle Leute was schon wieder was machen wir denn hier das üben wir doch mal sehen wir doch nicht auf wollt ihr mich verarschen ich nehm auf gerade jetzt in diesem Moment das ist schön das sind Profis das sind Profis Hallo Leute Hi Moin Servus 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 Ja ich bin hier nur zufällig reingeraten ich kann da nichts für zufällig gehen gestolpert und reingestolpert reingeholt mit meinem Blatt mit deinem Blatt gib mir dein Blatt Adi kommt bestimmt nicht runter weil Angst hat sich eine Schramme einzuziehen oder so ja wahrscheinlich wieso gibt es eigentlich keine Diamanten weil wir noch nicht so tief sind wahrscheinlich natürlich oder weil das sind hier jetzt schreibe mir nicht an ey wir sind doch alle bereit da gibt es doch keine manchengeilheit hier nicht befriedigt das ist wie meine Klickgeilheit auf YouTube ja das ist ja noch schlimmer ja stimmt ich bin ja auch schon Millionär buddeln wir uns jetzt mal runter hier oder was da frage ich doch gerade schon ja mach du mal ich leuchte aus denn das ist aber schön das bin ich nur im Team hier in Team werden wir hier in Team werden wir jetzt oh danke spontane Helligkeit spontane Selbstentzündung hat eigentlich schon jemand Reisen oder sowas für mich damit ich vielleicht mal einen Eimer oder sowas mitkriegen kann nein das ist doch Bedrock hier willst du mich verarschen von wegen wir sind nicht tief genug warte doch mal ich hab dir meine Kohlefeld entdeckt ich hab dir meine ganzen Fackeln gegeben ey ich helfe dir au die Kohle nicht mich sahst aus wie Redstone tut mir leid hab keinen Bock hier gleich nochmal drauf zu geben wieder zu suchen wie so ein Blöder Alter was Bedrockscheiße hat jemand irgendwas zu essen mitnehmen sollen oder was sagt ihr dazu machst dir ein Bedrockschwert ach was ich hätte nämlich schon seit irgendwie einem Jahr oder so von Zombiefleisch und Luft in Indien gibt es ein Priester der lebt nur von Licht ne ja super super duper was macht er wie die Lampe aus wenn er die Lampe ausmacht Sonnenlicht auch der muss schlafen oder ey verzehnt selber wow redstone dynamite dynamite redstone 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 ok für ein Team sind wir echt schlecht ja irgendwie schon du musst weiter du musst einfach so links abbiegen alter das ist eben mit 12 und ich grab jetzt hier mich strip-mining mäßig lang genau buddel dich mal durch ich spare meine Kräfte ja das ist eine gute Idee ich habe es Madrid macht gerade du nicht Aber ist für ein Kumpau eine Privatvorstellung? Ja. Was das Problem an meinem Outfit ganz einfach ist? Okay, glaube ich rückwärts, okay. Wenn das Blatt trocknet, dann, naja. Ja, dann, ja. Soll ich dir rüberkommen. Wie in der Schule damals so eine Stempel machen. Ich will es gar nicht wissen. Ich will nicht wissen, was für eine Schule du warst. Du hast gerade Diamanten gefunden, war du Arsch? Ja. Ich habe doch dieses giesige Lachen gehört. Hi, hi, hi. Das war, dass ich keine Glücksbezacke habe. Tja. Jetzt auch noch Ansprüche stellen. Hallo. Die schlimmsten, oh, noch mehr Eisen. Eisen? Ey, 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 ey. Wer hat denn das gemacht? Was denn? Schweine! Oh, wir wollen die Opa't lassen. Echt? Ich gehe mal zurück. Ich bin der Eis, der von uns rauskommt. Ich habe meine German. Ihr seid langweilig. Nein, nein, ich bin der Eis, der von uns. Ha, vier Diamanten. Bitches. Oh, du Sack. Dann erst mal Schwitzer geboren, oder? Na, sicher. Da brauche ich jetzt was zu essen, deswegen will ich mal rausgehen, glaube ich. Ja, das kann ja. Ja, komm, ich zeige die Idee. Oh, das ist eine gute Idee. Ich will auch raus. Oh, ich habe nicht was zu essen. Los, Jungs, wir gehen jagen. Ja, wir haben Bock auf Orgfleisch. Geil. Ja. Fähig gut drauf. Ich kenne gute Orgstelle. Oh, Mann. Aber Kay sagt dem Orgertal nicht, dass wir seine Familie umbringen. Haben die jetzt schon ihre eigenen Viertel hier, die Org sind, ist ja grauenhaft. Ja, ist wirklich. Gleichberechtigung für alle. Das heißt, Brooklyn. Das sind ganze Städte. Brooklyn. Oh. Oh, Gott. Schlechte Witze. Incommit. Wir suchen eine Katze. Oh, gut. Eine Katze? Im Miethaus. Richtig. Oh. Mammut. Helmut. Oh, Gott. Die sind so schlecht, ne? Ja. Und nein, die sind dann nicht wieder so schlecht, dass die schon wieder gut sind. Oh. Wenn ich einen Kommentar kriege, meine Witze sind schlecht, verweise ich immer auf seinen Kanal. Bitte. Verweise ruhig alle auf meinen Kanal, ist kein Problem. Ja, ich hole mir meine Witze auch grundsätzlich von Kaylock. Mein Kanal ist viel schlechter. Genau, das müsst ihr gesehen haben. Also das klang jetzt ein bisschen verzweifelt. Hab hier ein Bett. Wer hat noch ein Bett? Ich will auch schlafen. Ich werde mal gucken, dass ich irgendwoher noch wieder mein Zeug kriege. Das hab ich mir für irgendeine Kiste irgendwo hingelegt. Du hast ein Bett und eine Spinne im Bett. Ist das nicht nett? Nee, ein Bett. Spinne im Bett. Nett, nett, nett. Ach, das ist natürlich Nacht, ey. Hat acht Beine, ne? Nichts Arschen. Das ist Nacht, deswegen hab ich mir ein Bett gewollt, aber ich kann ja nicht schlafen, solange nicht alle schlafen. Das ist natürlich schlecht. So lange nicht alle schlafen. Du meinst, wie? Was? Was meinst du mit alle schlafen? Das müssen alle gleichzeitig fennen. Ich muss gleichzeitig fennen, dann können wir die Spawns setzen. Können wir die Nacht überspringen und die Spawns setzen, ja. Mit Spawns setzen willst du, wenn du dich reinlängst. Also ich brauch mal ein bisschen schlafen, das will ich notwendig. Ach so, aber trotzdem. Die Nacht überspringen. Ja. Das ist schon cool, war? Das wäre cool, das wäre ganz framboos, obwohl ich könnte mich ja jetzt so rumbringen lassen und hier finde ich ja mein Zeug schneller wiederhauen. Ach wisst ihr was, ich habe doch auch noch einen Minecraft-Server, irgendwie habe ich Lust jetzt Minecraft zu spielen. Wieder mal. Wie kommt das denn los? Weil ich nicht, ich habe dieses Spiel mal bei anderen gesehen, bei anderen Let's Player. Also guten Let's Player. Hab dich gerettet, hast du das gesehen, Kate? Ja. Und danke für das Kompliment, Heidi. Wer bist denn du überhaupt? Schwein! So frisch ist ein Schein, warum renne ich hier genau hin? Bist du doof? Ich muss weg. Ich bin weg. Tschüss. Meine Maus spinnt. Nein! Aha, ja. Ich war wieder. Gott, verdammte Mitzmung. Ach, fuck. Okay. Ich gehe hier rein in die Höhle, ey, mir rein. Oh, guck, Power wurde von einem Skuller erschossen. Ja, aber ich habe mir auch mein Zeug in die Kiste getan. Sehr gut. Warum ist die Zeug irgendwo? Das war super gerne. Die Kiste, die hier vor dem Toreingang steht? Nein, nicht die Kiste. Ach so, schau. Die Kiste ist scheiße. Die habe ich schon abgesehen. Hilfe, Zombies! Ja, das sieht auch ziemlich lustig aus da. Ich bin nur mein Zeug, verpiss dich, Zombie. Ich mag dich als das... Füßen wir die, Zombie! Alter, super. Ich zeug mir mit Foh, ey. Hallo. Kann mir Ölch immer mit einem Schwert mal helfen? Nein. Ich hätte Zombie-Fleisch zur Alternative. Genau, lenkt die mal ab, ihr Trottet. Du hast Fleisch. Hallo. Mach mal zu hier, ja? Ich mach dich nicht zu. Was? Wer macht dich zu? Ich hab mal den Eingang zugemacht, damit kein Ziel reinkommt. Nein, du bist ja schneller. Yeah. Hallo, Dad. Ah, schön. Jetzt komm ich auch nicht mehr rein. Danke, Lo. Nein, dann ist es jetzt ein Eingang. Ich mach mich gut dahin. Ich glaube, ich stelle mir hier irgendwo mal eine Truhe. Ich hab mich den Eingang zugemacht, wenn ich draußen bin. Tja, machst du doch nicht anders. Klar. Hallo, Junge. Ich schmelze jetzt erstmal die Dänzer Eisenerz hier ein. Ach, bitte mal. Mach mal jetzt noch eine halbe Stunde voll oder eine viertel Stunde. Ich weiß gar nicht. Ich würde schon voll, würde ich sagen. Hey, ich bin nett. Hallo, ich bin nett. Du hast doch nicht jeden Idioten hier drin. Oh, du musst doch auch drinnen. Ich bin was anderes. Ich bin was anderes? Ich bin was anderes, aber das Gesicht. Ich bin auch so ein Pfeil. Liefst du bei mir auf dem Channel, musst du mal gucken. Klickgeile Sau, ey. Wenn du schon alles kennst, kannst du direkt ein Abo dalassen. Du brauchst die Videos auch nicht gucken. Wir reichen auch Abo-Leichen. Aktive User will ich gar nicht. Das ist nur X-Tapier. Wir sind ja schließlich auch Channel-Leichen, ne? Genau. Die kommentieren dann auch im letzten Fall. Das ist ja total dämlich. Na, echt nicht. Aber dann sind die auch irgendwie, oder? Die Videos, ey. So richtig rum. Die hast du, ne? Dann musst du ja noch antworten und so, ey. Ja, und dann musst du auch noch Mühe oder so für die Videos machen. Das ist, ah. Das geht gar nicht, ey. Dann denken die doch mal, mach das gerne, wisst du. Ja. Das können sie gleich wieder abhaben. Sollt ihr das dann nach oben, mach das gerne. Das hält all unsere YouTube-Karrieren, okay. Ja. Ja. Nur deine. Nur deine. Der einzige, der das gerne macht, ist halt der Kay. Und das merkt man ja auch bei ihm. Der ist ja total berechnet. Der macht ja auch nur, dass ihr wollt, dass ihr wollt, dass ihr wollt. Boah, ey. Ist das ein Schrein. Daisy, sag ich, dass ihr wollt, dass ihr wollt, dass ihr wollt, dass ihr wollt. Ja. Boah, ey. So. Oh, ein Bett. Hallo. Äh, nein. Ich habe hier ganz unheimliche Figuren in meinem Zimmer gehabt. In meinem Herbergenzimmer. I want Slenderman to be my friend, my man. Ihr gründet IC-Treffer. Genau. Kann keiner mit Video irgendwie so eine Monetarisierung von uns. Ich schneid's raus, kein Ding. I want Slenderman to be my friend. Jetzt aber klar. Bitch. Lapp uns noch so viel. Oh, Alter, ey. Richtig Eisenerz. Warum habt ihr mir so viel Eisenerz gegeben? Wollt ihr mich verarschen? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Warten. Ich hab ein Brötchen. Oh, ho, ho. Wow. Da hast du ein Schwert im Rücken, mein Freund. So verdienst du an deine Brötchen. Mir auch so ohne. So verdienst du an deine Brötchen. Das ist ein schlechter Spruch. Ja. Ist das nacht geworden, oder was? Keine Ahnung. Aber hier noch draußen ist irgendwie nichts los. Aber hier im Osten ist schon länger nacht heute. Kann ich bestätigen? Hier scheint die Sonne schon lange nicht mehr. Seitdem die Mauer weggeht, ist das in so einer Augen. Jetzt geht er mir auf den Keks, ne? Hier ist mein Keks, ne? Eine Handwerksbank, Mann. Eine Handwerksbank. Ja, Mann. Jetzt spricht man zehnmal nacheinander ganz schnell. Krankwerksamt. Oh, lass die Scheißloch jetzt wie schnell ist. Nein, ich hab die Schnupfen voll. Oh, wer lässt denn hier Dreck liegen? Wärt ihr doof? Ganz wichtig. Oh, guck mal, ein Bett. So ganz allein. Oh, guck mal. Mein Bett. Würde mich ja gerne mal heilen. Hast du im Bett nicht. Im Bett wird sich nicht geheilt. Mann, oh. Wissen Sie nicht. Das wird sich verausgabt. Habe ich gerade das gehört? Ich kann. So, Mann. Zombies, geht da in die Hürden? Nein, nein, nicht in diese Richtung. Lieber die anderen fressen. Da, friss den da. Gemeinheit. Meine Fische. Sag mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich alles baue. Wie baue ich hier nochmal was? Was willst du denn baue? Das ist die Frage. Eine Rüstung. Eine Rüstung? Brauchst du noch gar nicht. Du brauchst auf 4, 7, 8, 9 und 6 vom Nummernfett den Helm. 4, 7, 8, 9 und 6. 7, 8, 9 und 6 vom Nummernfett den Helm. Ja. Ein Korb. Habe ich einen Korb. Eine Lore. Willst du mich überraschen? Wirst du mich in eine Lore setzen? Andersrum, andersrum. Was tut du denn das? 4, 7, 8, 9 und 6. Gibt es da mittlerweile Shortcuts für oder was? Nein. Nein, aber das ist das Feld. Jetzt nochmal. 4, 7, 8, 9 und 6. Jetzt werden wir ruhig. Ich will erst mal sehen, wo ihr 7 ist. 7, 8, 9. Ja. Ja, ja. 6. Okay, ja. Und? 1.398.000. Was soll ich in Lore? 9. Und die Superzahl ist 18. Jetzt habe ich Eisengitter. Klasse. Du kannst dich einmauern. Geh in dein Käfig, gefährlichst. Wir wollten mir doch alle treuen hier, ey. Ich habe jetzt eine Schere. Jetzt renne ich hier lachend über dem Bett, über eine Map. Obwohl zu zerschnallen ist mein Blatt, ne. Mein Schutz. Das will auch keiner, Alter. Du wolltest gerade sagen, das will wirklich keiner. Kriege ich lieber mal an. Ah, guck mal. Ich habe jetzt eine richtige Adidas-Jogginghose angehört. Ja, guck mal. Jetzt kannst du dir mal die Adidas-Schuhe an. Moment, nee. Die Schuhe habe ich gar nicht. Ich will die das. Scheiße, ich habe meine Schuhe verloren. Das Schuhe verloren? Ich habe meine Schuhe verloren. Hast du mir gerade deinen Schuh geschlossen? Oder was? Nee, ich habe deinen Schuh nicht. So, aber Holz. So, äh. Lass mich mal rausgegeben. Ich würde vielleicht mal noch anmerken, sagen, dass wir vielleicht den Leuten, den wenigen, die da noch wirklich jetzt noch zuschauen, also dem einen, Nein, das ist du. Vielleicht mal erklären, wie das jetzt hier mit dem Projekt weiterläuft. Das weiß doch von uns selber. Ist das überhaupt für ein Projekt? Vielleicht sollte man das ganz mal sagen. Mein Kraft. Ich pflück Blumen. Ach so heißt das Spiel hier. Mein Kraft. Mein Kraft. Versuch mal anzufangen. Äh, geplant ist, dass wir hier, äh, wir voll Idioten. Ja, wir halt. Unsere Channels nennen. Wir sind wir. Nee. Also, also ihr. Ich kann mir schlicht meinen eigenen merken. Wie soll ich schon in eurem? Heidi wurde von Bitch Maggie getötet. Wat ne Bitch, die Witch. Ich meine, ihr werdet ja in der Videolink-Beschreibung verlinkt sein. So ist jetzt nicht. Ich weiß. Wieso zur Hölle, Wieso zur Hölle? Gibt's denn bitteschön unter der Erde jetzt Witches? Ja. Ja, die sind schon eine ganze Weile da unten. Unter der Erde gibt's jetzt Witches? Ja. Ja gut. Das denkst du mal, wo ich vorhin die Flasche her hatte. Ja, echt? Ich bin im Schnappel an überall Bacon. Danke. Wie Steinwerkzeug? Willst du mich verarschen? Das ist geil. Dann hab ich jetzt nicht hier frisch. Ich aus wie nö, ein Mensch. Ja. Adi, klick mal in die Ofen. Da sind 60 Eisenerze drin. Da müssen schon Eisenbahnen sein. Da kannst du die ja eben nehmen. Hey. Witzig. Und wir wollen uns hier jetzt unser Utopia aufbauen. Boah, ne Kuh. Dachte, wir bauen Rapture nach. Rapture ist auch ein Utopia gewesen. Stimmt. Das ist so. Erst laufen, dann reden, dann denken. Ich will ein Songbird. Und dann, ja, wenn wir es wahrscheinlich so im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass wir es mit viel TNT hochjagen. Wahrscheinlich. Das mach ich bald wieder. Die Aufnahmen werden unregelmäßig kommen und jeder nimmt auf, wann er gerade irgendwie Bock hat. Das ist irgendwie so nicht geplant, aber wird sich schon irgendwie finden. Das heißt, wenn ich morgen wahrscheinlich wiederkomme, steht hier ein gigantischer Pedis aus purem Gold oder sowas. Pures Gold, jawohl. Oh ja, Projekt für heute. Schreib mal meine Latte hier hingestellt, ey. Ja. Und Hardy rett gerade vorbei. In meiner Latte? Weil ich die Äpfel sammeln. Ach, würde ich wissen. So, ich komm mal zurück. Ich hab jetzt Schwein und Kuh und Hühnchen gesammelt. Schweiger. Schwein und Kuh und Hühnchen. Das heißt, wir werden auch Das können wir alles ineinander wickeln und haben wir nicht im Brawl. Wir werden dann auch Einzelaufnahmen machen, indem wir dann halt oder vermindertes together, kann man das so sagen? Also mit weniger als jetzt Leuten. So wie das Megaprojekt, nur nicht so mega. Ja. Und weniger Projekt ist dann genau. Das ist nämlich das Mini-Projekt hier. Du baust jetzt die Welt ab, ne, King? Ja. Was? King Mamet. Hey! Hey, ich hab's nicht erschrocken. Ich dachte, du bist ein Creeper, Alter. So schlimm sieht doch gar nicht aus. Doch, irgendwie schon. Ich hab's nicht erschrocken. Ich dachte, du wär's Hardy. Ey, 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 jetzt nicht unter die Gurtliege. Jetzt hol ich das. Ich brauch ein Bett oder so. Ach, was? I don't wanna die. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ja. Gleich wahrscheinlich. Ja. Hier unser Höhenenger. Kann ich mir mal den Höhenenger markieren? Nein. Nein. Äh, jetzt, das, oh ja, 35 Eisen. Läuft. Läuft. Gäste ich das ganze Eisen her? Was ist das auch nicht im Feld? Ach, egal. Ich brauch kein Eisen. Ich werd das Ganze ohne Eisen machen. Ich werd nicht weiter als Kupfer gehen. Ich bin auch total in Evolution. Ja. Kupfer. Ich werd bei Dreck bleiben. Das ist gut. Ja. Hau mit noch. Ich will ne Dreckrüstung. Die Dreckschaufel. Die Dreckrüsten. Ach so, übrigens, ich guck grad auf meinen Timer. Der läuft schon, ist jetzt bei 18, ne, 18, 30 sogar schon. Spaßbremse. Ja, sorry, ey. Jetzt wird lustig wird. Ja. Gerade wo ich gerade was total geiles bauen wollte. Ja, so. Jetzt wo ich Essen gefunden hab, wirst du? Ja. Jetzt wo es back auf geht, würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns mal noch für diese Folge. Was? Ja, was? Es gibt schon wieder? Videos sind zu Ende. Oh, auf geht es nicht. Und irgendwer hat Brot gebacken. Ja, ich. Ja, warum? Gut, dann würde ich sagen, äh, mein Name ist Godtalk, deren habe ich ihre Vergessen tun und ich rede gerne Deutsch. Bis dahin und ciao, ciao. Ich bin der Godtalk 2 und auch von Björn. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschüss. Ihr dürft übrigens auch gerne eure Namen nennen irgendwann mal. Nein, ich wollte ja keiner sagen. Das sei ihr auf unserem Channel von daher. Richtig.